Dich bedrückt wie viele andere das Thema Mathe und du hast Probleme dabei, die Aufgaben auszurechnen und zu verstehen? Dann kommt hier die Lösung. Statt der dicken und komplizierten Mathebücher gibt es jetzt das Strandmathe-Übungsheft, das sich perfekt auf die nächste Klassenarbeit vorbereitet und dein Smartphone zum idealen Nachhilfelehrer macht. Mit unseren Heften wird dir jedes Thema bis zum Abitur übersichtlich und verständlich auf ein bis zwei Seiten erklärt. Dazu kommen jeweils drei Übungen. Neben jeder Aufgabe findest du einen QR-Code. Einfach einscannen und die komplette Rechnung wird dir verständlich gezeigt. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib sie einfach in die Kommentare. Wir helfen dir gerne. Die Links zu den Heften findest du direkt hier unter dem Video oder auf www.strandmathe.de